Gab's da drüben Obst? Auch nicht, ne? Obst? Voll an der Kante hängen geblieben. Ist halt jetzt die Frage. Muss ich mich jetzt aufladen? Mit nem Trank? Ich mein, Geiz ist geil. Ja komm, ganz gehen wir jetzt nicht zurück. Du bist ja schon quasi ganz zurück. Ja, deswegen. Deswegen, ja. Mit meinen Notfalls können wir so nen Heiltrank nehmen. Das hab ich ganz übersehen, wie es scheint. Dabei stand das da so offensichtlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Das war's doch noch lange nicht vom Level, oder? Das wäre ein recht kurzer Level dann. Oh doch, okay. Okay, rollen gab's keine. Zwei von drei Statuen. Ja, keine so schlechte Ausbeute, würde ich behaupten. So, wollte ich gar nicht. Dieser Moment, wenn man sich halt immer verdrückt. Okay, hier gibt's auf jeden Fall wieder was zu holen. Sehr gut. Also, regelmäßig gucken. Kanninchenbauwald. Greifen wir uns jetzt hier auf Monsterkaninchen an. Da hinten ist ein Tengu. Oh. Wo sollen wir denn eigentlich hin? Scheint schon mal nicht verkehrt zu sein. Shit, jetzt hab ich nicht gelesen, was da stand. Ich will gerade nochmal rausfinden, ob ich hier... ...theoretisch Stealthy die befreien könnte. Ja, könnte ich schon. Attacke! Oh yeah, ein Aufstieg. Key-Bonus. Na? Hat er mir glatt aus Angst eine gepfeffert? So, irgendwas, was man hier verpassen kann. Ich glaube nicht. Da ist noch eine Patrouille. Naja, aber da hinten war ja auch noch ein Tengu. Ich hab gedacht, ich hab alle erwischt. Oh, du bist ja immer noch existent. Mensch, ey, die hat echt gut was aus. Wo war denn jetzt der blöde Tengu? Von da vorne kam ich. Dann hab ich doch hier irgendwo den Tengu gesehen vorhin, oder nicht? Da. Oh, hallo, Ninja. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Du gehörst zur unauffälligen Sorte, hm? Ich war gerade auf der Suche nach einem Pilz, der in diesen Gefilden wachsen soll. Ich hab den ganzen Tag gesucht und nichts gefunden. Wenn du mir einen Speer von Ashida bringst, finde ich sicher etwas, das ich dir dafür geben kann. Der scheint wirklich neu zu sein, ne? Nö, wir haben einen. Ah, du hast einen gefunden. Sehr schön, danke. Hier, ich weiß, das ist nicht viel für die Müse, all die du auf dich genommen hast, aber du kannst es auf deinen Reisen sicher brauchen. Seltsames Gebräu. Okay, ein unberechenbarer Trank. Niemand weiß, was er bewirkt, aber er schmeckt köstlich. Na dann. What the? So, in dem Geräusch halt. Ach, guck mal, da kriegen wir wieder Honigwabe. Ah, und hier hätte er so einen Pilz gefunden. Na Mensch, da hat er aber nicht gut geguckt, ne? Warte mal. Ja, jetzt ab. Ja, jetzt ab. Quatsch. 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 NINJA 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 Uiuiui Alter Maul So groß Maul Aua Immer diese Feuerwerks machen Feuerwerksverbot Ja komm So Hier im Grasel kannst du aber wirklich schnell was übersehen ne Der normale Weg führt ja hier lang Richtig? Also der normale, der ganz normale Pfad Den ich jetzt aber gar nicht unbedingt folgen will Weil Erstmal gucken was wir hier noch so Finden können So Naja komm Attacke Oh Boah Brudi Alter der hat mich ja richtig aus der Welt gepeppert gerade Ja warte um dich kümmer ich mich auch gleich Ich will eben die Sachen einsammeln hier Ja Ach guck mal da unten ist ne Statue Aber da unten wollte ich ja eh auch noch lang Okay irgendwo da dann Ja da kommen wir auch noch hin Was macht denn hier die ganze Zeit diese Funke Geräusche Was macht denn hier die ganze Zeit diese Funke Geräusche Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein oder so Hier war doch irgendwo die Statue da Ja Ja aufsammeln Dass da immer wirklich punktuell immer dieses A erscheinen muss Auch ein Relikt seiner Zeit Auch ein Relikt seiner Zeit Ja Von da oben kam wir ja Gut Der klassische Pfad Wollen wir den beschreiten Ich weiß es nicht Das Ding ist Ich müsste mich halt auch mal hier so umgucken Okay Da haben wir auf jeden Fall den Käfig geöffnet Gerade ungewöhnlich weitläufig auf jeden Fall Also ungewöhnlich für dieses Spiel Außer man folgt halt wirklich ähm Stumpft den Hauptweg Ja Dieses Verzweifeln Ich wollte gerade sagen Ich komme oben So Gibt es hier äh im Brandgebiet noch irgendwas Zu finden Gibt es hier äh im Brandgebiet noch irgendwas Ja Ja da will ich aber noch gar nicht hin Drum chill mal Erstmal aktivieren wir den hier Dann Ich hab da eventuell so ne A äh äh Vorahnung Wahrscheinlich geht es da überhaupt nicht lang Nö Nö tatsächlich nicht Eher irgendwo da Alles klar Trotzdem lauf ich jetzt hier lang Um zu gucken Was sich eventuell hier verbirgt Hallo Wildschwein Hallo Wildschwein Okay eine Statue Obst dass sie gelegen kommt Weil warum nicht Warum nicht Ist die Frage Wir können ja jetzt von hier kommen Oder aber von oben Oder aber von oben So warte Finden wir hier eventuell noch irgendetwas super interessantes Wenn das hier schon so ausmodelliert ist Ja uh Okay hier kann ich nicht durchschwimmen Alles klar Eiferwand Hier auch nicht Ne Ne Okay Also ist das leider nur so Aber ich mein Kuppen kostet ja außer Zeit nichts So Zack Hallo Hallo Oh Klappe Flup Ah Guck mal hier Natürlich will ich mich hier auch nochmal umgucken Versteht sich ja von alleine eigentlich Irgendwas da oben am Ufer Nö Und sonst so Können wir zufällig durch den Wasserfall Können wir zufällig durch den Wasserfall Nein Alles klar Bisschen schade tatsächlich gerade Wäre Dass die hier nicht zumindest irgendwie Irgendwas Versteckt haben oder so Wäre peinlich wenn ich jetzt was übersehen hätte Aber dann schreibt es mir einfach in die Kommentare So So Gut Ne warte Ich habe keine Ahnung wo die jetzt lang geflogen sind Egal Wir kümmern uns erstmal hier um diese Situation Schade Ich habe gedacht ich kann ihn so aufs Schade Schade Mit den habe ich nicht erwischt Uiuiuiui Özü Zü Warte Ce Warte Wir Es